hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem neuen video und zwar möchte ich heute das mystery bild von your diamond painting fertig stellen es liegt jetzt schon einige wochen bei mir um ein dumm ich habe immer klar weiß traur gearbeitet aber jetzt möchte es endlich fertig machen dass das bild vom tisch ist ihr habt schon gesehen was es wird das habe ich damals schon gezeigt und ja ich glaube ich habe in einem video schon erwähnt dass ich für meine hobbys zurzeit nicht so viel zeit habe aber jetzt möchte es endlich fertig machen wie gesagt das letzte stück da das mache ich mit euch fertig ja was gibt es neues eigentlich nicht viel ich möchte noch meine neuen abonnenten die in letzter zeit zu mir gestoßen sind recht herzlich begrüßen es freut mich ihr sinnig dass den weg zu mir gefunden habt ihr hoff ihr fühlt euch wohl auf meinem kanal ja was gibt es was kann ich noch sagen wir haben ein paar firmen angeschrieben ob ich nicht produkt testen möchte ihre produkte also es geht ja da um diamond painting was anderes testen ja und ich habe mich halt dazu bereit erklärt es wird in nächster zeit ein paar videos ein paar unboxings geben wo ich auch die produkte dann teste das wollte ich euch nur gesagt haben um was für firmen es sich handelt das sage ich dann wenn ich dazu die unboxings mache auch gefreut mich irrsinnig dass die firmen anfragen bei mir ja ich zeige euch dann am schluss des videos wie das bild ausschaut und mein fazit zu dem ganzen bild das seht ihr dann am schluss ich mache das so fertig also nicht im zeitraffer keine angst lasst euch inspirieren holt euch was holt euch was zum trinken oder zum knabbern lasst euch wie gesagt inspirieren von diesem video ja und wie gesagt am schluss kommt dann mein fazit zu diesem bild ich wünsche euch viel spaß und wie gesagt am schluss Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.